Mein lieber Schwann, wir geben das mal richtig sachlich durch, wir deklinieren das mal. Todfeinde Amerikas, Opfer des Wirtschaftsterrorismus. Die Erfolgsformel des bekanntesten Ex-Hedgefondsmanagers Deutschlands. So streichen auch sie satte Gewinne ein. Warum Ende 2020 die Stunde der Wahrheit ist. Was jetzt in ihr Portfolio muss. 26. Oktober 2019 Ja, heute geht es weiter mit unserer Dreier-Serie zum Thema Straße von Humus. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, schaut euch das bitte an. Es ist im Zusammenhang wichtig. Heute das Thema Wirtschaftstheorismus. Man kann diese Themen nicht trennen und in der folgenden Woche das Thema Technologiekrieg. Aber jetzt erstmal fangen wir an mit einer relativ wichtigen Tatsache. Dass nämlich dort, wo Wirtschaftsterrorismus im großen Gange ist, durch Konfiszierungen ausländischer Vermögen, namentlich des Vermögens des venezuelanischen Staates oder die Arrestierung oder Blockierung des iranischen Vermögens. Das ist Wirtschaftskrieg. Auch wenn man den Deutschen nicht erlaubt, Goldvorhaben, die die Iraner bei uns gelagt haben, wieder in den Iran zu transportieren. Denn was ist das für ein harter Wirtschaftsterrorismus. Aber diese beiden Nationen, man muss vermerken jetzt sofort, Venezuela Nummer 1 bei den Ölreserven weltweit. Und der Iran Nummer 4, also wesentlich bedeutender als zum Beispiel Russland und Saudi-Arabien zusammen. Mein lieber Schwan, wir geben das mal richtig sachlich durch. Wir deklinieren das mal. Todfeinde Amerikas auf und Opfer des Wirtschaftsterrorismus. Ganz weit oben natürlich schon erwähnt, Venezuela, gefolgt durch den Iran. Dann kann man anderer Meinung sein, aber demnächst folgt natürlich auch Russland. Russland, in dem man die großen Oligarchen fast in ihren Eigentums- und Geschäftsgebaren kastriert. Dann China mit einer Volloffensive gegen Huawei inklusive Arrestierung des Finanzvorstands und eine Isolierung des Huawei-Konzerns weltweit, soweit es irgendwie durchsetzbar ist. Dann folgen natürlich auch noch, ja peripher würde man meinen, Jemen. Jemen ist einfach nur die Spielwiese für die militärische Probe für den Iran seitens der Saudis und der Vereinigten Arabischen Emirate. Und wenn man sich anschaut, was für wirtschaftliche Zusammenhänge es in dieser großen Feindgruppe gibt, dann geht es immer wieder, ach wie langweilig, aber leider muss man es sagen, um Öl, LNG-Gas, Fracking-Gas. Und es geht natürlich auch um das Ankurbeln der amerikanischen Militärexporte. Das ist hochgradig logisch. Jetzt gehen wir in ein zweites Segment im Wirtschaftstheorismus. Da findet man Länder wie Deutschland, Korea, Japan. Als die, sagen wir mal, Wirtschaftstheorismus eher the light version, also wie so Cola light so ein bisschen. Hier geht es primär erst mal nur um angebliche Autoexporte, die die Sicherheitsprofile des Landesamerika untermauern. Aber eine absurde Prämisse. Es geht natürlich auch um Agrarexporte in diesem Fall. Wir subventionieren die Agrarwirtschaft mit 60 Milliarden. In Europa circa. Und die Amerikaner machen das nur mit 20 Milliarden. Aber es geht natürlich auch wieder um das unselige Thema Waffen. Weil wenn wir aufrüsten, wie es die Amerikaner gerne hätten in der Europäischen Union, dann würden wir wahrscheinlich viel mehr Militärgüter aus den USA kaufen. Und die Attacken auf Nord Stream 2, das ist eine direkte Attacke auf unsere Energieversorgung und auch die Unabhängigkeit unserer Energieversorgung, das beflügelt wieder US-Fracking-Gas. Und jetzt muss man sich die dritte Konstellation schauen. Wo greifen denn die Amerikaner nicht an? Wo findet dieser Wirtschaftskrieg nicht so richtig statt? Das ist auch interessant. Erstens gibt es die angelsächsischen Alliierten. Das ist Neuseeland, Australien, UK. Primär erst einmal, zum Teil auch Kanada. Die haben komischerweise überhaupt keinen Handelsüberschuss mit den Amerikanern. Der ist auch durch Strafzölle nichts zu holen. Aber warum dieser ganze Wirtschaftstheorismus nicht unbedingt funktioniert, diese ganzen Sanktionen, ist, wenn man sich andere Länder anschaut, wo diese Sanktionen noch nicht so richtig ziehen oder wo sie immatär sind. Manchmal sucht es zwar, aber in Mexiko ein riesiger Haushaltsüberstoß mit den USA. Ja, wir schauen uns doch mal Indonesien an, wir schauen uns Vietnam an, wir schauen uns Malaysien an, wir schauen uns Taiwan an. Das sind Länder, die insgesamt über einen Handelsüberschuss mit den Amerikanern von 100 Milliarden verfügen. Vielleicht ist man ja Taiwan in Ruhe, weil es inhärent ein Feind oder ein Stützpunkt für die Amerikaner gegenüber China sein könnte. Aber warum man jetzt nicht gerade mal Indonesien oder Malaysien oder Vietnam in diesen Wirtschaftstheorismuskrieg beeinzieht, das ist mir nicht ganz klar, vielleicht haben wir ihre Hausaufgaben nicht gemacht und die Zahlen nicht richtig gerechnet, weil die Chinesen in all diesen Regionen extrem stark positioniert sind und teilweise auch Strafzölle umgehen können durch ihre Handelsdependancen, die wirklich sehr markant in der Wirtschaftsleistung dieser Länder beteiligt ist, einsetzen. Ein wichtiger Aspekt, den man keineswegs unterschätzen darf, ist, dass man hier nicht einseitig vorgeht. Es geht um A, ganz klar, Wirtschaftstheorismus, B, Drohgebärden militärischerseits und im dritten Teil dieser Präsentation geht es um einen Technologiekrieg. Und wir müssen uns eins überlegen, als Europäer, aber auch als Deutsche, wenn Wirtschaftskriege, die sich ja eigentlich schon direkt in der Straße von Humus in Militärkonfrontationen ausarten könnten, dann sind wir doch in Europa als massive Energieimporteure vollkommen gelackmalt. Und nächste Woche werde ich erklären, warum wir in einem Technologiekrieg zwischen China und Asien das Spielfeld sind, das Kriegsfeld und in einem Kriegsfeld gibt es erhebliche Schäden und Europa wird wahrscheinlich enorme Kollateralschäden erleben, wenn es nicht einmal mal anfängt, Rückgrat zu zeigen, neutral mit diesen Themen umzugehen, damit wir uns Europa nicht die Negativfaktoren von Amerika ans Land ziehen, ohne von den Positivfaktoren von China und Asien zu profitieren. Denn das haben wir in den letzten 15, 20 Jahren und wir sind auf dem besten Weg durch unsere großartigen Brüder auf der anderen Seite des Teiches, diese Vorteile zu vergeuden. Wie das geht, nächste Woche Technologiekrieg auf breiter Front sind wir die Gearschten. Bis bald, euer Florian und Tschüss. Bis bald, euer Florian und Tschüss.